yo freunde so jetzt machen wir auch direkt weiter zügig vorankommen ich glaube zwar nicht ob der was damit zu tun hat ok da hatte nichts damit zu tun dann muss ich weiter gucken um was es hier geht ja drachentäuschung was ist das vielleicht muss ich diese viecher alle kaputt machen damit er sich zeigt soo ich wechsle mal hier grad die viecher zerstören kann soo 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 Hey, was I? Huh? What happened? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Uh ha! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Uh ha! Um ha! Um ha! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Um ha! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann gucken wir mal, ob wir das noch schaffen, das letzte Gewürz zu ergattern, noch in diesem Part, mal sehen. So, dann schauen wir doch mal. Wo war das? Das war hier bei der Brutzelwüste, holen wir am besten diesen Part hier, weil hier ist jetzt kein Savepoint mehr. Okay, dann fliegen wir direkt mal darüber und dann begegnen wir unseren Erzfeind, bei dem wir leider drauf gegangen sind. Früher einmal. Wir suchen unser Glück auf ein neues und zwar müssen wir uns jetzt begeben... Irgendwie komme ich hier nicht so ganz mit der Orientierung klar. Ja, ich glaube, da lang. Ja, das sieht ganz gut aus. Aber gut aus, wir wollten doch jetzt mal testen. Jetzt können wir auch... Was kann der uns denn überhaupt jetzt hier geben, ne? Schauen wir mal. Wenn er nicht abhaut. Hm, wo soll der, wo soll der, wo soll der... Hä? Wo soll der hin? Ach, da hinten rollt er. Nee, 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 nee. Hier geblieben. Typie. Jetzt gehst du dir an den Kragen. Wollen wir doch mal gucken, wollen wir doch mal gucken. Na, so stark ist es nicht mehr. Wollen wir doch mal gucken. 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 Wir doch mal gucken. Okay. ne, 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 ne. Wollen wir doch mal gucken. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen.